Hallo, ich bin Tane, Komikerin und ich spreche in dem neuen Animationsfilm DC League of Super Pets die Rolle der Lulu. Lulu ist ein kleines, durchtriebenes, bösartiges Meerschweinchen und es hat sehr viel Spaß gemacht, sie zu synchronisieren. Ich bin Lulu und du wirst von mir niederknie, du Mieke. Oh, du bist ja ein richtiger Sunshine.